Die Andacht zum Tag Aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim Nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Hier spricht Martin Theator aus Grünstadt. Guten Tag! Unser schöner Speyerer Dom, so wie wir ihn heute bestaunen, verdanken wir ihn wesentlich, Heinrich IV. In der Krypta finden wir sein Grab. Der 28. Januar war ein besonderer Tag im Leben dieses Kaisers. In Canossa wurde er 1077 durch Papst Gregor vom Bann gelöst. Es war der Höhepunkt des Investiturstreits. Papst und Kaiser stritten miteinander, wer darf Bischöfe einsetzen. Kirchenführer, die damals geistliche und weltliche Macht hatten. Es geht um die wichtigsten Positionen im Reich. Es geht um die Macht. Letztlich haben sich Papst und Kaiser zusammengerauft. Dem Kaiser wurde eine Mietsprache eingeräumt und die Papstkirche musste sich schließlich von ihrer weltlichen Macht verabschieden. Der Streit um die Macht, in meiner Kirche geht er aber irgendwie weiter. Auf der einen Seite der Papst, die Bischöfe, die geweihten Männer, die geistliche Macht des Klierus. Auf der anderen Seite die Nichtgeweihten, die Laien, Männer und Frauen, die sich in unserer Kirche oft ohnmächtig fühlen. Heute ringen beide miteinander zurecht. Denn alle gehören zum Laos, zum Gottesvolk, nicht nur die sogenannten Laien, auch alle Geweihten. Im Grunde sind alle Laien Glieder des Laos, des Volkes Gottes. Eines Volkes, das nur einen Meister hat, unter dem und mit dem wir alle Brüder und Schwestern sind. Geschwister, die allesamt Männer und Frauen gleiche Würde, gleiche Rechte und Pflichten haben, die Kraft ihrer Taufe zusammen mit Christus eine königliche Würde haben, die wir nur dann recht leben, wenn wir aufeinander hören und einander dienen. Heute darf es keinen Bann mehr geben, der die einen ausschließt, um den anderen die Macht zu erhalten. Lösen wir den Bann, indem wir Macht teilen. Wir beten, Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr. Lass uns ein sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist. In dir bleiben alle Zeit, heute wie in Ewigkeit. So segne uns alle, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen.